mir ist es gelungen mit der instant change methode einen vernünftigen zahnarzt zu finden das hört sich vielleicht erst mal banal an aber für mich hatte diese geschichte es ganz schön in sich man hat mir vor über 35 jahren durch eine schlecht sitzende krone den biss verschoben wenn sowas vorliegt dann werden die kieferngelenke geschädigt das ist mit tinnitus verbunden mit augennerv entzündung mit kopfschmerzen mit schwindelgefühlen und ich habe eine odyssey durch zahnarztpraxen hinter mich selbst die uniklinik ist eingebunden gewesen und niemand konnte abhilfe schaffen ich habe bin immer wieder an den falschen geraten ich hatte da irgendwo eine blockade ich habe ganz viel geld reingesteckt es hat alles nichts genutzt und dann hat rose mit mir gearbeitet mit der instant change methode und nach einer woche sage und schreibe habe ich wie durch zufall war es ja nicht meine zahnärztin kennengelernt sie ist kompetent der brauchte ich gar nicht zu erklären die hat von sich aus gesehen was das los ist und wie man abhilfe schaffen kann es ist wahrscheinlich noch ein weiterer weg zu gehen aber ich kann wenigstens zuversichtlich in die zukunft gucken dass ich irgendwann mal wieder eine vernünftige befindlichkeit habe was ich noch festgestellt habe dass ich ganz anders in meiner mitte stehe ich kann besser und sicherer entscheidung treffen ich habe einen ganz anderen überblick über mein leben und wenn man sich das mal vorstellt wenn so was möglich ist solche blockaden lösen zahnärzte finden in welchen dimensionen kann man denn da denken dann ist ja praktisch alles möglich also ich bin heilfroh dass ich diese methode kennengelernt habe ich bin rosi dankbar ich bin natürlich daniel dankbar dass er diese methode überhaupt entwickelt hat zum wohle aller und ich kann sie wirklich nur jedem empfehlen